Dürfen wir vorstellen? YouTuber und Medienunternehmer Heiko Schrang mit fast 150.000 YouTube-Abonnenten. Ich frage mich, wie denkt so jemand eigentlich? Ich denke über Energien und über Verbreitung von Gedankenenergien, morphogenetische Felder. Das ist aber eine andere Geschichte, darüber hatten wir auch schon publiziert. Ja, äh, andere Geschichte. Was macht er sonst noch so? Also ich bin Journalist, äh, bin Buchautor, also hab selber Bücher geschrieben, bin Verleger, bin YouTuber zu Neudeutsch. Wir hätten da noch ein paar Vorschläge. Rechter Hetzer oder Verschwörungstheoretiker. Denn hinter seiner spirituellen Aufmachung steckt vor allem eins. Rechtes Gedankengut. Und damit ist er nur einer von vielen, die ungestört rechte Propaganda als Esoterik getarnt auf YouTube verbreiten. In seinen Videos betont Heiko Schrang immer wieder, wie journalistisch sorgfältig er doch arbeitet. Ihr wisst, ich mache mal eins, ich recherchiere, gehe bis in die Tiefe rein und da habe ich irgendwas anderes festgestellt. Zum Beispiel recherchiert er investigativ, dass Demonstranten gegen Rechts in Thüringen von Staatsgeldern bezahlt wurden. Und bezieht sich dabei auf einen Artikel der Taz. Demogeld für Antifas. Interne Dokumente beweisen, laut Taz, Antifas erhalten Geld für ihre Teilnahme an Demonstrationen. Parteien und Regierungen agieren als Unterstützer im Hintergrund. 25 Euro Stundenlohn für die Teilnahme an einem antifaschistischen Protest, was sich anhört wie eine wilde rechte Verschwörungstheorie, ist anscheinend bitterer Ernst. Tja, dumm nur, dass der Text eigentlich Satire war. Da hat er wohl doch nicht so tief gegraben. Aber das ist ihm auch gar nicht so wichtig. Für uns ist das eine abstruse Verschwörungstheorie. Doch jemand, der mit rechtem Gedankengut liebäugelt, sagt sich, na gut, hab ich doch schon immer gewusst. Ihm und anderen rechten YouTubern geht es darum, die Vorurteile seiner Fans zu bestätigen. Aber ganz ehrlich, auch wenn das nur einer von vielen offensichtlichen Fehlern war, Fehler passieren. Aber Schrank geht noch weiter. Er setzt sich leidenschaftlich gegen das Impfen ein und spricht dazu sogar auf Demos wie hier am Brandenburger Tor. Die wissenschaftliche Situation dazu ist eindeutig. Dass er damit Menschenleben in Gefahr bringt, entweder ist es ihm egal oder er versteht es einfach nicht. Außerdem streitet er ab, dass HIV existiert. Und er behauptet felsenfest, dass Flüchtlinge nachts heimlich mit dem Flugzeug nach Deutschland geflogen werden. Und das nur wenige Tage, nachdem Horst Seehofer 69 Menschen mit dem Flugzeug nach Afghanistan abgeschoben hat. Und auch zum Holocaust und zum Zweiten Weltkrieg hat er seine ganz eigene Logik. Wer sich heute noch schuldig für die Verbrechen an den Juden fühlt, bekommt angeblich durch die Quantenphysik... Ja, ihr habt richtig gehört, durch die Quantenphysik Krebs. Man könnte Schrank jetzt als einen verwirrten alten Mann auf YouTube abtun, der in mal mehr oder mal weniger klaren Momenten vor sich hin blubbert. Aber 150.000 Abonnenten, die ihm die Treue halten, sind schon eine Hausnummer. Und denen propagiert er nicht nur, was er mit seinen investigativen Recherchemethoden herausgefunden haben will. Nein, Schrank wird in einigen Aspekten sehr, sehr deutlich. Wir leben definitiv in einer Diktatur, die reinschlittert sogar, wenn es so weitergeht, in eine Sache. Da geht es nicht nur um, was jetzt schon der Fall ist, Festnahmen, Hausdurchsuchungen, Leute verlieren den Arbeitsplatz nur wegen ihrer Gesinnung. Irgendwann geht es darüber hinaus, dass wir wahrscheinlich Arbeitslager kriegen oder vielleicht werden die Leute auch eliminiert, wie damals bei Stalin in Russland. Und spätestens jetzt sind wir an einem Punkt, wo man das alles nicht mehr so als halbwitzige Verschwörungstheorien abtun kann. Er behauptet nämlich nicht nur, dass wir in einer Diktatur leben würden, er ruft auch zum Widerstand auf. Fragt euch, wollt ihr weiterhin euer Herz verraten? Gruselig und gleichzeitig wischiwaschi. Heißt das jetzt, man soll glücklich werden? Oder ist das vielleicht doch ein Satz, den man sich wieder und wieder auf dem Weg zur Schießerei in einer Shisha-Bar anhört? Schrank hat mit seiner charmanten und esoterischen Ansprache einen Weg gefunden, sich eine große Community aufzubauen. Hinter seiner netten Onkelart stecken aber radikale Aussagen, mit denen er seine Zuschauer beeinflusst und, ob er es will oder nicht, die wachsende Bereitschaft zur Gewalt fördert. Und je öfter man Schrank Gehör schenkt, desto klarer wird, er formuliert vieles offen. Gerade so deutlich, dass jeder weiß, was er meint, aber auch so vorsichtig, dass er rechtlich nichts zu befürchten hat und seine Videos nicht offline genommen werden. Und das ist ein Muster, was sich durch rechtspopulistische Medien und die Politik der AfD zieht. Verfassungsfeindliche Aussagen meinen, ohne sie konkret auszusprechen. Bei Schrank sind nicht die Juden die Bösen, nein. Es ist die Hochfinanz und die besteht in seinen Augen nun mal aus den Rothschilds und anderen jüdischen Familien. Was für ein Zufall. Oder der Kulturmarxismus. Kulturmarxismus? Dieser Begriff nennt sich Kulturmarxismus. Ein Begriff, der zumindest teilweise antisemitisch besitzt ist. Aber für Heiko Schrangen ist das alles total unkompliziert. Es geht aber um Licht und es geht um Schatten. Es geht um Gut, es geht um Böse. Es geht um Kalt, es geht um Warm. Wir leben nun mal in dieser dualen Welt. Und in dieser dualen Welt gibt es natürlich nur Schwarz und Weiß. Und kein Grau dazwischen. Wir gegen die. Bio-Deutsche gegen Ausländer. Die AfD gegen etablierte Parteien. Rechte YouTuber gegen die Mainstream-Medien. Oder einfach wir gegen die Eliten. So bekommt man alles auf ein Feindbild heruntergebrochen. Schrangen weiß, was er sagt. Und ist in der rechten Medienszene bestens vernetzt. Ein Interview mit dem Identitären Martin Sellner. Auftritte auf dem rechtsesoterischen Kanal NuWiesoTV. Bei KlagemauerTV und der AZK. Eine Konferenz für rechte alternative Medien. Und trotzdem inszeniert er sich immer wieder als Opfer von Nazi-Methoden. What? Ja, richtig gehört. Die Klimaaktivisten vergleicht er mit dem Hitler-Regime. Ein Großhändler schickt ihm seine selbst verlegten Bücher zurück. Er sieht sich als den unterdrückten Regimegegner, der auf einer ominösen schwarzen Liste steht. Hat er von einem Insider. Und auch im Internet wird er mit allen Mitteln bekämpft. Falls unser Kanal wirklich mal gelöscht wird, weil immer mehr zensiert wird, wenn ihr mein Video heute seht, sofort abspeichern. Weil die Wahrscheinlichkeit ist mehr als hoch. Weil ich greife in dem Fall die YouTube-Chefin an, dass es gelöscht wird. Seltsam, dass Videos wie das ultimative Enthüllungsvideo, Verbot vorprogrammiert oder YouTube-Zensur, die Löschungswelle hat begonnen, trotzdem noch online sind. Genauso wie die meisten seiner anderen Videos und sein gesamter Kanal. Aber wie finanziert Heiko Schrang das alles? Da sind zum einen seine Zuschauer, die ihn mit Spenden unterstützen. Ein anderes Standbein hat er sich mit seinem eigenen Verlag aufgebaut. Damit verlegt er nicht nur seine eigenen Bücher, sondern bietet Autoren aus der rechten Medienszene eine Bühne. Zum Beispiel Niklas Lotz, alias Never Forget Nicky. Einem jungen Mann, der als Newcomer in der Szene gefeiert wird. Und das Erschreckende daran, das läuft alles ziemlich gut. Für kurze Zeit konnte sein Buch sich sogar auf Platz 1 der Amazon-Bestseller im Bereich Politikwissenschaften halten. Hinter all den gefährlichen Verschwörungstheorien, der verkehrten Opferlogik und dem versteckten Rassismus und Antisemitismus steckt nicht nur irgendein verwirrter Mann. Es ist ein System, mit dem Heiko Schrang Menschen im Internet mit ihrer Angst abholt und radikalisiert. Das unter dem Deckmantel vermeintlich friedlicher Esoterik zu verstecken, nimmt einen auch nicht aus der Verantwortung. Im besten Fall verlieren seine Zuschauer nur das Vertrauen in die Demokratie. Im schlimmsten Fall ist er mit Schuld an rechtem Terror wie in Hanau oder Halle.